So, hallo und willkommen zu einer Folge von Minecraft Mario Party und zwar mit mir ganz alleine. Ich habe nämlich keine Freude. Ich habe mir zwei gewürfelt. Wie blöd ist das? Ich kann mich nicht bewegen. Warum kann ich mich nicht bewegen? Ich kann mich nicht bewegen. Was macht ihr da? Mache mit. Wenn ihr das macht, mache ich das auch. Oh nein. Warum sind die anderen nicht mitgekommen? Oh, ich kann mich ehrlich bewegen. Oh Gott sei Dank. Ich hoffe, dass der Zerb... Sieht so danach aus, als wenn er sich echt wieder am Lecken wäre. Wollblock, versuch auf die Wollanart, welche die... Oh nein. Oh doch. Das kann ich ja halbwegs. Es sei wenn man, ja, sein Elektrik nicht verweist. Dann, äh, nicht. Juhu. Du stehst falsch. Ich stehe richtig. Haha. Haha. Ich stehe richtig. Steht ihr auch alle richtig? Toll. Ich hasse es mal, wenn Leute immer in mir drinstehen müssen. Irgendwo. Oh ey, es sind ja noch richtig, richtig viele dabei. Mist. Jetzt muss ich... Ich muss hier, wer weiß ich, doll aufpassen, ey. Dass ich hier echt... ...echt noch gut dabei bin. Nein! Oh, verdammt. Ich hätte springen müssen, aber naja. Naja. Gut, dann sind wir halt eben auf keinen Platz gekommen. Vielleicht kommen wir irgendwie beim Niesenspiel irgendwie. ...ne Eins. Wirklich? Das fängt ja schon gut an. Oh Mann. Ich bin ja so gut hier im... ...Dingsee. Oh. Naja, okay. Man kann ja nicht immer gewinnen. Wo bin ich denn? Oh, toll, was? Ich bin... Ich bin... Es wird gespielt... Drachenfl... Nein. Oh, wir müssen vor dem Drachen fliegen. Au. Achso, stimmt ja. Äh, warte mal. Ich glaube, wir müssen in die Richtung fliegen. Toll. Oh, Mann. Warum? Wo ist denn der Drache? Ach da. Warte, Drache. Warte, wir möchten mitfliegen. Ich fliege auf den Drachen. Ich zähme dich, du Drache. Okay. Vielleicht wöpfle ich dafür jetzt mal eine bessere Zahl. Das wäre sehr nice. Eine 3. Yay. Uh, wir steigern uns. Wer hätte das nur gedacht. Oh, Mann. Ey, warum können die... Warum würfeln die anderen echt so hohe Zahlen? Ich verstehe das gar nicht. Und das war so gemein. Ich bin immer noch... Ja, toll. Ich bin immer noch auf dem letzten Platz. Schön. Bin ich doch noch auf. Es wird gespielt. Schießstand. Versuche von deinem Schießstand aus so viele Zombies wie möglich abzuschießen. Oh ja, das... Das kriege ich halbwegs hin. Aber auch nur so halbwegs. Versuche von deinem Schießstand aus. Ja. Vielleicht zwei halbwegs auf einmal. Ah, das Schuss war halbwegs eigentlich hier nochmal wirklich schlecht. Jetzt auf einmal versuchen wir natürlich auch welche da oben hinzuziehen. weil sie natürlich merken, da unten schießen natürlich zu viele. Oh, Mann. Den wollte ich auch gerade. Na ja, okay. Ich bin... Ich bin so blöd irgendwie da drin. Na ja, was heißt blöd, aber nein. Ah, wir haben eine 6 gewürfelt, werdet ihr das gedacht? Wir haben eine 6 gewürfelt. Ja. Schön. Yay. Wir haben eine 6 gewürfelt. hadn't ich. Ich weiß es nicht. Ich bin trotzdem immer noch. Ey. Das gibt es doch gar nicht. Heißer... Nein! Nicht die heiße Kartoffel... Oh, Mann! Ich kann das... Ich kann das Spiel doch nicht. Hä? Los! Toll. Das war's dann wieder vom Einbart, finde ich, mit der heißen Kartoffel. Ich sag' ich, ich kann heiße Kartoffeln, weiß ich nicht. Also, das ist echt ein Spiel, was ich echt nicht hinbekomme, einfach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Welche sind da so schnell und können irgendwie so schnell rennen? Und ich kann irgendwie nicht so schnell rennen, das verstehe ich einfach nicht. Der Bounty ist irgendwie auch echt gut anscheinend, ne? Also, ich brauch jetzt unbedingt nochmal eine 6. Toll, eine 4. Ich hab' gesagt, ich brauch' unbedingt eine 6. Warum verlassen eigentlich welche andauernd irgendwie hier mich das? Bounty hat auch eine 4. Yay! Ich hab' auch eine 4. Heck. Juhu, wir sind jetzt auf den 9. Yay! Uh! Jump an Run. Es geht darum, das Jump an Run so schnell wie möglich zu meistern. Ja, das ist, das hat, glaube ich, manchmal so ein Jump an Run. Nein! Oh, Mann! Das kann ich doch auch nicht. Da vergesse ich manchmal irgendwie immer zu springen. Oder ich springe manchmal einfach zu... zu... zu weit irgendwo. Oder zu kurz. Je nachdem, wie man das sehen möchte. Ich sag' ja, ey, ich kann das ja wohl nicht. Ich hab' noch nie immer... wirklich... ich hab' nie immer geschafft, auf Doppel-W zu drücken. Das ist das doofe echt, wenn man... Also wenn die Tastatur wirklich mal hier nochmal registriert, dass man doppel wie drückt, dass man natürlich schneller ist. Wenn das manchmal wirklich so... so... so ist. Oder mal vergessen hat, gebückt zu laufen. Ich bin jetzt erst hier nicht immer die Einzige, die... hier hinten noch... vom Tüdel... Aber ich sag' ja, ey, also ich hab' ich hab' mit... mit diesem Ding hab' ich... hab' ich echt Schwierigkeiten, also... Bounty schon wieder. Der wird auch gewinnen, also... Ich glaub', der hackt auch. Äh... Nein, keine Ahnung. Eine Eins. Wirklich? Ich hab' eine blöde Eins gewürfelt. So werd' ich ja nie gewinnen. Jetzt bin ich bestimmt wieder dabei so unten... Hä, aber warum... Hä, ich hab' doch gar nicht hier mehr mein Dings. Bounty hat eine Sieben gewürfelt. Ja, klar. Sag' ich doch, jetzt bin ich eh wieder Letzte. Schön. Äh, ich fass' das ja auch noch nicht. Seid! Weiß' in der Chille-chille-chille-chille-chirusalem. Da drin bin ich auch voll schick drin. Na, 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 na,... Am besten, man ist immer halt bis da, wo kaum eigentlich ein, irgendeiner ist. Ja! Ich hab's noch geschafft! Ich habe verweist die Rechtsklick gemacht. Ja! Ich habe es mal geschafft und ihr mal nicht. Nein, ich wollte doch noch... Oh, Mann. Das war ja echt gemein. Da hätte ich es fast noch geschafft, aber... Ja, zu spät, einfach registriert. Ah. Echt? Wir haben gerade keine Platine mehr bekommen? Schade, eigentlich. Komm schon, komm schon. Ich will eine 6. Ah, naja, okay. Eine 4. Da klinge ich mich ja noch halbwegs zufrieden. Oh, er hat sogar eine 3-Nu-Gewürfel. Das heißt, wir sind einen Platz sogar jetzt vor ihm, so gesehen. Ich bin trotzdem noch immer auf dem letzten Platz. Ich verstehe das nicht. Oh, ich habe ein Bonusfeld. Yay! Ich bin trotzdem noch... Warum? Toll. Oh, bo... Was? Bogenspliss? Versuche so viele... Okay. Ach, das ist das. Ja, ach. Ich weiß auch immer, manchmal noch nie noch mal so wirklich... Nein, er hat es wirklich geschafft. Ach, Mann. Wir sind auf dem 1, 2, 3... Auf dem 4. So gesehen. Wir haben gerade mal nur einen gekillt. Aber eigentlich hätte ich jetzt eher gerechnet mit 2, weil eigentlich ist der andere ja mit runtergeflogen. Aber wahrscheinlich hat der andere irgendwie dann auch getroffen und wurde anscheinend aufgeteilt auf uns beiden. Das finde ich ein bisschen gemein. Aber naja. Somit können wir natürlich... Also, Don Titor hat schon echt 5 getroffen, die runtergefallen sind irgendwo. Ja, ich glaube, wir bleiben auf dem 4. Ich meine, wir sind natürlich noch besser als die anderen, weil die haben anscheinend irgendwie Kacka nicht getroffen. Immerhin. Puh, naja. Hä? War ich mit euch auch schon mal? 2. Hm, toll. Das war so geil, würde ich nur sagen. Das andere ist mir ganz so geil. Warum kriegen eigentlich andere andauernd so einen extra Würfel irgendwie, dass sie wirklich so eine hohe Punktzahl irgendwo bekommen? Und warum bin ich immer... immer Letzte? Ich verstehe das nicht. Es wird gespielt. Replicaver. Hier wird ein Musteraktippel. Nein. Nein, wirklich? Oh, Mann. Ich kann... Ich kann das nicht. Äh, was? 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 Äh. Und hier? Hier, hier? 1, 2, 3 vielleicht? Dann hier? Denke ich mir mal. Dann... Denke ich mal so. 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 Was? Ja! Naja, okay. So schwer war das jetzt auch noch nicht so. Okay, das ist schon ein bisschen komplizierter wieder für mich. Warte mal, ich fange mal hier hinten an. Ich muss mir immer echt einen Punkt raus, womit ich echt am geschicktesten halbwegs eigentlich echt anfange, damit ich halbwegs das einfach hinbekomme. So, danach irgendwie, glaube ich, grün schon mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob zwei oder drei Blöcke. Ich werde das jetzt mal so machen. Hier vielleicht der zwei. Danach hier vielleicht schon mal mit Lila. So denke ich mir das mal. Es ist mir jetzt auch egal, ob die anderen jetzt irgendwie schneller sind als ich vielleicht. Ich weiß sowieso halt eben, dass das andere da drin ist. Nein! Nein! Ich wollte doch das so. Ja, das ist schön, dass das jemand geschafft hat. Das interessiert mich rein gar nicht, hier, PC. Dann vielleicht hier. Ich weiß nicht, dann glaube ich gleich so. So. Zack. Ich lasse mich hier halbwegs echt nie noch mal so aus der Ruhe eigentlich bringen. Also ich versuche es vor allem. So, und den Rest dann vielleicht mit Lila. Mann sagt ja auch Frauen und ähm... Denkst du... Hey, cool! Ja, klasse. Ähm... Ach du Schande. Okay, ich fange wieder hier unten an. Da kommt hier ein roter hin. Dann muss ich hier zwei gehen. Hier zwei kommen hin. Hier, hier. Dann gehe ich hier zwei hoch. Okay. Naja, okay, okay. Aber hey, es war nicht immer so schlecht. Ich habe das schon mal schlechter geschafft. Und von daher, ich bin zufrieden. Ja, eine Fünf. Juhu. Wir haben es geschafft. Ich habe eine Fünf gewöpfelt. Ihr könnt jetzt mit mir freuen, euch. Freut euch mit mir. Ich bin trotzdem anscheinend immer noch. Ja, wir sind immer noch mit ihm. Oh. Naja, okay. Okay, ich bin ja nie immer so. Ja. Bewettet einfach den Part, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einfach Kommentare, wie ihr es einfach gefunden habt. Ob ihr es irgendwie doof fandet. Ob ich, ja, oder ob ihr flaue Tipps habt. Oder was weiß ich. Würde mich einfach freuen, wenn ihr auch einfach wieder beim nächsten Mal einschaltet. Wenn das heißt, äh, Let's Play, Minecraft, Indie-Spiele oder je nachdem. Oder schaut andere Let's Plays von mir mal. Äh, die sind auch mal recht nett gemacht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.